Also, schauen wir uns mal an, Tai Lopez, diese Brand. Ihr kennt sicherlich die Werbung von ihm, wo er in der Garage steht und sagt, hey, ich bin gerade Hollywood Hills hochgefahren mit meinem neuen Lambo und was ich noch viel geiler finde als materialistische Dinge ist Wissen. Kennt ihr alle diese Werbung von ihm? Okay, das ist tatsächlich auf YouTube das am zweithäufigsten angesehene Video. Es wurde so oft repostet. Ich glaube, mittlerweile haben es fast, ich glaube, es haben ungefähr eine Milliarde Menschen gesehen, dieses Video. Es hat ungefähr eine Milliarde Klicks bei YouTube kumuliert. Und als wir bei ihm waren, haben wir ihn gefragt, hey, als du dieses Video aufgenommen hast, hast du es aufgenommen und also einfach rausgehauen? War es wirklich ein Lucky Shot sozusagen, dass es so gut funktioniert hat? Er hat übrigens mit dieser Ad 12 Millionen Dollar verdient. Also 12 Millionen Dollar verdient über diesen Online-Kurs, den er damit verkauft hat. Und er hat gesagt, nein, ich habe 56 Tries gemacht von genau dieser Ad. 56 verschiedene Videos. Und jetzt müsst ihr mal überlegen, das eine Video ist extrem viral gegangen, okay? Ein anderes Video hat, glaube ich, 12 Millionen Klicks. Und es gibt noch ein Video, das hat 2 Millionen und alle anderen sind komplett abgekackt. Alright, alright. Leute, lasst uns keine Zeit verschwenden. Vielen, vielen Dank dafür. Ich muss sagen, krasser Clip, habe ich auch noch nie gesehen. Lass uns direkt rein starten. Ich glaube, ich habe... Perfekt. Ich habe, glaube ich, 30 Minuten Zeit und wir wollen die wirklich auch nutzen wollen, über das Thema Branding reden. Wer hier drin ist, weil er was über Online-Marketing hören wollte, es wird in dieser Speech hauptsächlich um Branding gehen. Ja, also Branding natürlich hauptsächlich im Bereich Social Media, aber das wird jetzt kein reiner Online-Marketing-Vortrag. Kann ich auch direkt sagen. Und ich stehe jetzt hier heute stellvertretend, auch gestern schon, für eine komplette Medienagentur. Ja, das sieht man oftmals nicht und das ist vielleicht auch einer der wichtigsten Punkte schon direkt vorweg. Wenn du dir eine eigene Brand aufbaust, ja, ich habe das früh gemerkt, kannst du alleine irgendwann nicht mehr alles machen. Ja, ich habe am Anfang, ich habe ungefähr mit Branding gestartet, würde ich sagen, vor zweieinhalb Jahren. Ja, und am Anfang habe ich alles selber gemacht. Ich habe alle Videos selber gecuttet, ich habe mich um alle meine Socials gekümmert, ich habe alle Kommentare beantwortet und so weiter. Und irgendwann merkst du, okay, wenn ich jetzt irgendwie jeden Tag drei Stunden ein Video schneide, dann fehlt mir einfach die Zeit, beispielsweise Content zu produzieren, ja, Content auch selber zu konsumieren. Das heißt, ich stehe hier wirklich heute stellvertretend für ein Team von TPL Media, das sind mittlerweile 32 Leute. Und ich würde euch bitten, an dieser Stelle auch mal einen Applaus zu geben, ja, der Matt, der Matthias stehen da, der Martin. Und das ist halt wirklich ganz, ganz wichtig, weil alles, was ihr auch seht, ja, auf Social Media, das bin halt nicht nur ich, ja, sondern ich bin sozusagen die Figur, die Brand, sag ich mal. Aber dahinter steht wirklich ein komplettes Team und das ist mir auch ganz wichtig, das einmal erwähnt zu haben. Lass uns reingehen, Thema Branding. Ich habe hier einen Flipchart stehen, ich weiß gar nicht, kann man das überhaupt erkennen? Wahrscheinlich nicht, gell? Dann machen wir es wahrscheinlich komplett ohne Flipchart. Ich schätze mal, ihr da hinten könnt es safen, ich sehe, wie ich da schreibe. Aber was ist für euch Branding, wenn ich jetzt einfach mal so reinfrage, einfach mal eine Definition, eine Ein-Wort-Definition? Eine eigene Marke? Storytelling? Verkörperlichung einer Vision, sehr cool. Persönlichkeit, Identität, USP, Identifikation, Ausdruck, alles wichtige Sachen. Ich war letztes Jahr im Mai bei einer Mastermind von Tai Lopez zu Hause. Und diese Mastermind war eine ganz besondere, da wurden nur Leute eingeladen, die mit ihrer Firma mindestens eine Million Umsatz gemacht haben. Und ich habe echt viel dort gelernt, ich war dort ein ganzes Wochenende. Und er hat eine Definition von Branding gegeben, wo ich eigentlich so noch nie drüber nachgedacht habe, aber die so wahr ist. Branding ist im Endeffekt nichts anderes als Storytelling. Ja, ihr könnt selber mal für euch überlegen, auch jetzt am Wochenende, welche Speeches fandet ihr besonders gut? Es sind meistens die, wo Menschen auf der Bühne eine Geschichte erzählt haben. Und das Ding beim Thema Branding ist, viele machen sich darüber Gedanken und sagen, ja, ich will mich branden, ich will raus, ich will skalieren, ich will auch größer sein. Und überlegen, wie soll das Logo aussehen? Ja, welche Farbe will ich benutzen? Wie soll meine Brand wahrgenommen werden? Aber das Allerwichtigste an deiner Brand ist der Inhalt. Ja, das heißt deine Geschichte. Ich kann euch sagen, wenn du dir Webseiten anguckst, von Startup-Unternehmen beispielsweise. Und du guckst dir wirklich nur, ich brauche fünf Sekunden und schaue auf die Website. Und ich kann dir sagen, ob die gut konvertieren wird oder nicht. Weil 90% der Leute auf ihrer Website keine Persönlichkeit haben. Und das liegt dann daran, wenn du diese Leute fragst und sagst, hey, warum hast du keine Persönlichkeit? Warum sieht man keine Gesichter, keine Emotionen? Warum sieht man auf deiner Website keine Gefühle? Dann sagen die, ja, weil bei Apple sind auch keine Gefühle. Ja, bei Apple sind auch keine Emotionen auf der Website. Der Punkt ist aber, Apple hat mittlerweile eine so krasse Vormachtstellung, dass wir selber beispielsweise, auch ich nehme mich da nicht raus, uns damit noch nicht vergleichen können. Ja, das heißt, wenn du natürlich irgendwann so groß bist, das ist immer dieses Beispiel von, nimm Justin Bieber, egal was der jetzt postet, ob der irgendwie was er isst oder was er für ein Shirt trägt oder auf welches Event er geht, die Leute interessiert das. Aber die interessiert das, weil er vor Jahren in einer Nische, nämlich in der Nische Musik, bekannt geworden ist. Und genauso ist es auch bei Apple. Apple ist bekannt geworden durch iPads, durch iMacs, durch iPhones. Jeder kennt das. Wer von euch hat ein iPhone? Ja, 80 Prozent. Das heißt, was Apple macht, ja, wenn Apple jetzt Emotionen und Gefühle rausnimmt, weil sie sagen, okay, jetzt wollen wir skalieren und jeden ansprechen, dann können wir uns damit nicht vergleichen. Wir können das nicht als Beispiel nehmen. Was wir brauchen, wenn wir am Anfang sind einer Brand, ist eine Story, und zwar im besten Fall unsere. Darf ich mal in den Raum fragen, wie viele von euch haben schon eine eigene Brand gestartet? Okay, ich würde sagen 15 Prozent. Und wie viele von euch haben die eigene Brand auch wirklich auf die eigene Story hingestartet? Also wer benutzt seine eigene Story? Das ist schon mal extrem gut, ja. Weil wenn du auf eine Website gehst und du siehst auf dieser Website beispielsweise jemanden, der seine Geschichte erzählt, ja, ich will an dieser Stelle vielleicht auch mal ein konkretes Beispiel machen. Du startest eine Social Media Agency. Wer macht eine Social Media Agency? Wahrscheinlich schon ein paar, oder? Ja, mittlerweile eines der meiner Meinung nach lukrativsten Businesses, wenn du wirklich einsteigen willst. Und du kommst jetzt auf diese Website. Ja, jetzt kannst du sagen, von denen, die sich gemeldet haben, sag mal einen Namen von deiner Company. Wer hat sich gemeldet? Social Media Agency? Wie heißt deine Firma? Aion Media? Aion Media? Okay, Ailo. Ailo Media. Deine heißt? Okay, so. Das sind jetzt beispielsweise zwei Namen. Kennt man wahrscheinlich nicht, weil relativ klein. Ja? Der Punkt ist jetzt, wenn du auf die Website gehst und da steht jetzt nur was über diese Firma, dann wird das erstmal niemanden triggern. Aber wenn beispielsweise du, ja, diese Social Media Agency, wie alt bist du? 18. Mit 18 gestartet hast und da würde jetzt von dir ein Video kommen, ja, wo du sagst, hey, mein Name ist so und so. Ich habe immer das Problem gehabt, dass ich gesehen habe, dass viele Leute in meinem Umfeld sich nicht mit Social Media auskennen. Dass sie eigentlich gar nicht wissen, wie man bei Instagram Follower aufbaut. Und ich habe selber in meiner Familie einen Onkel, der hat eine Firma gehabt und dem habe ich dabei geholfen, einen Social Media Auftritt überhaupt an den Start zu bringen. Und damit hat er in einem Monat elf Kunden aufgebaut. Und jetzt habe ich gesehen, die Nachfrage ist so groß, ich habe eine eigene Firma gegründet und jetzt will ich auch dir dabei helfen, wenn du ein lokales Unternehmen aus Ort X bist, so und so viele Kunden pro Monat damit aufzubauen. Würde es viel besser triggern, weil Leute, die sich das anschauen, sagen, okay, da sitzt jemand, der hat eine Geschichte. Schau, es gibt drei Dinge, warum Leute bei einem kaufen. Ich schreibe es jetzt hier ran, aber ich werde es auch natürlich sagen. Punkt Nummer eins ist der Door Opener im Endeffekt. Das heißt, der Door Opener ist immer, kannst du dich mit einer Person in irgendeiner Art und Weise identifizieren. Ich habe gestern, wenn ihr in meiner Speech wart, darüber geredet, dass wir sehr narzisstisch sind. Jeder benutzt Facetune, jeder will immer gut aussehen und so weiter. Das heißt, wenn wir jemanden nicht sympathisch finden, kann jeder für sich selber mal überlegen, dann kaufen wir bei dieser Person per se nicht, weil wir sagen, hey, ich will dem eigentlich kein Geld geben, weil ich finde ihn nicht sympathisch. Ich finde ihn nicht gut. Ich kann mich damit nicht identifizieren, okay? Das heißt, die Story, die du am Anfang erzählst, das ist dein Door Opener. Können sich damit Leute identifizieren? Sagen die beispielsweise, hey, cool, er ist 18 Jahre alt, er hat Ahnung von Social Media? Oder sagen sie, hey, ich bin selber vielleicht 18, 19, ich will selber was starten, vielleicht lerne ich mal bei ihm? Oder sind es Leute, die sagen, okay, ich selber bin jetzt, keine Ahnung, Generation 65 plus, ich brauche einen jungen Typen, der jetzt gerade im Feld von Social Media steht und mir zeigen kann, wie das Ganze funktioniert. Das ist der Door Opener. Punkt Nummer zwei ist, bist du eine Autorität? Ja, das heißt, kannst du selber eigentlich wirklich das Ganze vermitteln? Ja, Luke hat hier am Anfang gesagt, hey, Torben macht bei uns den Master, weil er selber eine Personal Brand hat. Ich sehe viele Leute, auch auf den sozialen Medien, die sagen, hey, ich coache dich im Bereich X. Ja, ist ja momentan der Trend, auch High Price Coaching und so weiter. Mein Indikator ist immer, ist diese Person, also ich würde nie bei jemandem kaufen, wenn ich nicht vorher durch diese Person etwas gelernt hätte. Leute, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wer von euch kauft Produkte, wenn er noch nichts von dieser Person gelernt hat? Niemand. Eine Person dahin. Zwei, drei. Du kaufst auch, wenn du noch nie gelernt hast. Warum kaufst du, wenn du vorher noch nie gelernt hast bei dieser Person? So wie bei Apple. Aber du kaufst, weil Apple ist eine Autorität. Warum? Da kommen wir zu Punkt drei. Eigentlich sehr gut, dass du das sagst. Den Film kriegst du später. Und zwei, Punkt drei, ist Thema Sicherheit. Du kaufst bei Apple, weil du die Sicherheit hast, dadurch, dass es Millionen von Kunden gibt, dass es funktioniert. Das sind die drei Punkte, die am allerwichtigsten sind, wenn es um das Thema Branding geht und wenn es vor allen Dingen darum geht, dass du über die Brand auch etwas verkaufen willst. Gehen wir mal rein und schauen uns jetzt an, für wen ist Branding eigentlich geeignet? Das Ding ist, ihr sitzt jetzt hier alle in der Session, weil ihr wollt darüber was lernen und deshalb denke ich mal, für euch ist es wahrscheinlich geeignet. Branding ist etwas, das ist meiner Meinung nach eine Entscheidung. Das heißt, wenn du dich selber brandest, wenn du dich jetzt hinstellst und sagst, in diesem Moment, ich starte meine eigene Brand, dann ist der größte Fehler, den du machen kannst, erstmal zu überlegen, Logo, Farbe, wie soll meine Website heißen und so weiter. Das ist alles zweitrangig. Das kommt alles irgendwann. Das allerwichtigste bei der Brand ist, was kannst du anderen Leuten geben, was sie momentan nicht haben. Schau, wir waren im Coaching bei VaynerMedia, der Medienfirma von Gary Vaynerchuk und er sagt immer, du musst schauen, das ist extrem wichtig jetzt, was kannst du in der aktuellen Konversation der Gesellschaft für eine Lücke schließen. Das heißt, wenn du jetzt selber eine Brand kreieren willst, ist es auch egal, ob es eine Firmenbrand ist oder eine Personal Brand. Was du immer überlegen musst ist, gibt es irgendwo ein Problem, welches du beseitigen kannst, wo du die Lösung für bist. Beispielsweise er mit seiner Social Media Agency, 18 Jahre alt, steht mitten im Feld, baut selber Facebook auf, vielleicht sogar YouTube, Instagram. Er weiß, wie es läuft, guckt die Videos, kennt sich aus, Algorithmen ändern sich und so weiter. Er löst jetzt das Problem eines 65-Jährigen, der einfach nicht mehr im Feld ist, der keine Ahnung davon hat. Er geht hin und sagt, hey, schau mal, ich bin jung, ich kann dir zeigen, wie Social Media funktioniert. Das ist seine Problemlösung. Und du musst für dich überlegen, bei deiner Geschichte, und das ist das Stärkste und deshalb funktioniert beispielsweise auch unsere Brand oder meine Brand so gut, alle Sachen, die ich beispielsweise lehre oder die ich zeige, habe ich selber durchlebt. Also ich nehme immer Sachen, die ich selber für mich gelöst habe. Ich hatte ein Problem, ich habe es gelöst und jetzt bereite ich es so auf, dass ich es der Masse sozusagen geben kann. Das ist das Stärkste, was du machen kannst beim Thema Branding. Um auf die Frage zurückzukommen, für wen ist das jetzt was? Im Endeffekt für jeden, der die Entscheidung trifft, das auch machen zu wollen. Denn, und das ist jetzt auch wichtig, Branding ist natürlich was, das begleitet dich. Du kannst nicht heute hier rausgehen und sagen, okay, ab jetzt habe ich eine Brand. Branding ist ein Prozess. Du kannst irgendwann sagen, ich starte jetzt. Und Punkt Nummer eins, wenn du starten willst, ist, du musst dir ganz genau überlegen, in welcher Nische willst du eigentlich aktiv werden. Branding ist wichtig, dass du eben nicht, und ich male das immer gerne so auf, in einen Markt kommst, der komplett überfüllt ist. Ich nehme immer folgendes Beispiel auf unseren Workshops. Schau mal, wenn das jetzt hier, ihr könnt es gar nicht sehen, also der Markt finanzielle Freiheit. Alle, die jetzt hier am Wochenende da sind, alle reden irgendwo darum, wie kannst du Geld verdienen. Ja, wie kannst du ein eigenes Business starten, wie kannst du Geld verdienen, wie kannst du finanziell frei werden, wie kannst du aus dem System rauskommen und so weiter. Eigentlich sind alle Vorträge so ein bisschen darauf ausgerichtet. Wenn du jetzt aber selber gar keine Reichweite hast und du redest über das Thema finanzielle Freiheit, dann bist du gegen hunderttausend andere Leute, die auch dagegen reden. Ja, die auch darüber reden, die viel größer sind als du, die sich schon was aufgebaut haben und so weiter. Ja, es gibt Global Player, die haben vielleicht schon hunderttausend Follower oder zweahunderttausend Follower und du bist halt einer davon. Okay? Wenn du jetzt aber hingehst und sagst, okay, ich nehme mir eine Nische, eine kleine Nische und etabliere mich in dieser. Einfaches Beispiel. Finanzielle Freiheit ist riesig. Okay? Wenn jetzt irgendwer anfängt mit hundert Followern und sagt, ich rede darüber, keiner wird dir zuhören. Warum? Weil du gehst lieber zu den Leuten, wie auf der ersten Seite schon zu sehen, die die Autorität sind und wo du die Sicherheit hast, der Content ist gut. Wir haben alle keine Zeit. Wir wollen keine Zeit verschwenden. Das heißt, alle werden dorthin gehen. Du hast keine Chance. Wenn du jetzt aber hingehst und du nimmst deine Geschichte, nimm an, du bist ein 18-jähriger Schüler, der gerade Abitur schreibt, der sich eine Social Media Agency aufgebaut hat, mit der er 2000 Euro verdient. Dann könnte deine Nische sein, ich zeige anderen Schülern, jungen Menschen, wie sie mit einer Social Media Agency 2000 Euro im Monat verdienen können. Das könnte deine Nische sein. Das heißt, du startest im Endeffekt in einem extrem kleinen Bereich, du machst sozusagen selber eine neue Nische auf und wirst halt in dieser Nische größer. Du wirst halt immer größer, indem du hier Content baust. Und dann, wenn du eine bestimmte Größe erreicht hast, kannst du mit deinem Thema auch locker in dieses Thema reingehen, weil du dann schon als Global Player sozusagen in einen größeren Bereich reingehst. Und das ist der Fehler, den viele machen. Darf ich mal fragen, wer von euch sagt von sich selber, ich bin wirklich in einer Nische angesiedelt? Okay, was ist deine Nische? Afrikanische Modeprodukte ist definitiv eine Nische. Noch was anderes. Wer hat sich noch gemeldet? Brand Building auf Amazon. Weiß ich nicht, ob es wirklich eine Nische ist. Was glaubst du, wie viel Konkurrenz hast du da ungefähr? Okay, gut. Andere Nische noch? Pubertät über Lebenstraining für Eltern. Das ist definitiv eine Nische. Ja, also das ist definitiv eine Nische. Das hätten meine Eltern auch gebraucht. Ja, definitiv. Und das ist ganz, ganz wichtig beim Thema Branding, sich darüber Gedanken zu machen. Ich war ja, ich habe es gerade schon gesagt, bei Tai Lopez zu Hause. Und kurz mal die Frage, wer kennt ihn überhaupt? Okay, ich kenne doch schon echt eine Mail. Wer kennt ihn über mich? Ah, schon auch so 10%. Also, schauen wir uns mal an. Tai Lopez, diese Brand. Ihr kennt sicherlich die Werbung von ihm, wo er in der Garage steht und sagt, hey, ich bin gerade Hollywood Hills hochgefahren mit meinem neuen Lambo. Und was ich noch viel geiler finde als materialistische Dinge, ist Wissen. Kennt ihr alle diese Werbung von ihm? Okay, das ist tatsächlich auf YouTube das am zweithäufigsten angesehene Video. Das wurde so oft repostet. Ich glaube, mittlerweile haben es fast, ich glaube, es haben ungefähr eine Milliarde Menschen gesehen. Dieses Video. Es hat ungefähr eine Milliarde Klicks bei YouTube kumuliert. Und als wir bei ihm waren, haben wir ihn gefragt, hey, als du dieses Video aufgenommen hast, hast du es aufgenommen und einfach rausgehauen? War es wirklich ein Lucky Shot sozusagen, dass es so gut funktioniert hat? Er hat übrigens mit dieser Ad 12 Millionen Dollar verdient. Also 12 Millionen Dollar verdient über diesen Online-Kurs, den er damit verkauft hat. Und er hat gesagt, nein, ich habe 56 Tries gemacht von genau dieser Ad. 56 verschiedene Videos. Und jetzt müsst ihr mal überlegen, das eine Video ist extrem viral gegangen. Ein anderes Video hat, glaube ich, 12 Millionen Klicks. Und es gibt noch ein Video, das hat 2 Millionen und alle anderen sind komplett abgekackt. Und du musst dir überlegen, er hat ein paar auf seinem Handy gezeigt. In diesen Videos war teilweise ein Satz anders. Oder er hat sich etwas anders bewegt. Er hat die Bewegung zu den Büchern am Anfang erst bei 8 Sekunden gemacht oder bei 12 Sekunden. Und da ist mir klar geworden, wie krank gesteuert eigentlich Branding ist. Das heißt, wenn du eine Ad machst, du setzt dich irgendwo hin und sagst, nimmst beispielsweise eine Ad auf für dein Produkt, dann kann manchmal ein Satz oder ein Kameraschwenk oder das richtige Licht oder der richtige Hintergrund bedeuten, ob Leute sich damit identifizieren können oder nicht. Und diese komplette Brand von Tai Lopez, wofür kennt man ihn? Wenn ich jetzt mal frage, was sind so typische Dinge, wofür kennt ihr Tai Lopez? Geld verdienen online? Bücher? Lamborghini? Bücher und Autos in einer Garage? Bücher und Autos in einer Garage? Schöne Frauen? Knowledge. Jeder kennt ihn dafür. Und viele haben ihn dafür auch gehasst. Und das Ding ist, diese komplette Brand ist natürlich gebaut. Und ich habe mich viel damit auseinandergesetzt, als wir unsere eigene Brand aufgebaut haben, weil ich wissen wollte, wie macht man das, dass so viele Leute dich mögen und so viele Leute dich auch hassen. Weil das Ding ist, jeder fragt immer, hey, wie gehe ich viral? Ja, wie kann ich interessant sein für Leute? Und der Punkt ist, du bist dann interessant für Leute, wenn du vor allen Dingen an deiner Community, und da werden wir gleich auch noch ein paar zu haben, Interesse hast. Ja, wenn du nah an deinem Kunden bist und wirklich wissen willst, was will mein Kunde eigentlich? Bedürfnisse, Qualitäten. Dann wirst du auch irgendwann für Leute interessant. Schauen wir uns seine Brand mal an. Tai Lopez ist bekannt für Lamborghinis. Also, nehmen wir mal materialistische Dinge. Okay, ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, Frauen. Punkt Nummer drei, Geld im Allgemeinen. Das sind jetzt mal drei Dinge, materialistische Dinge. Autos, Jets, Frauen und Geld. Wen triggert das? Wer hat Bock auf genau sowas? Haut einfach mal raus. Männer? Junge Leute? Du. So, also. Haben wir schon mal die Zielgruppe, ja? Junge Leute, Männer und er. Also, der Punkt ist halt der. Warum ist das Ganze so aufgebaut? Das im Endeffekt, diese drei Dinge, ja, das ist seine Hook. Damit holt er die Leute rein. Und er targetiert unter 25-jährige Männer. Das ist seine Zielgruppe. Der Punkt ist, die meisten bauen eine Brand auf und wissen gar nicht, wer ist meine Zielgruppe. Ja, ich wurde gestern so häufig gefragt, Tom, wie soll ich meine Zielgruppe bestimmen? Ich habe gesagt, die Frage ist ja, was willst du? Ich habe beispielsweise eine sehr gute Freundin und die ist Arschmodel. Okay? So. Ja, ist auch Applaus wert eigentlich, ja? Und vielleicht, Sarah Doku heißt die, vielleicht kennt die sogar wer. Auf jeden Fall, sehr gute Freundin. Und auf jeden Fall, diese Frau ist Arschmodel, ja? Und sie sagt zu mir, wir sitzen so zu Hause, ich sage so, hey, sag mal, bekommst du eigentlich so wahrscheinlich viele Nachrichten von Typen? Und sie sagt, ja, jeden Tag, die belästigen mich, die wollen immer Bilder von mir haben, die schicken mir ihre Dickpics und so weiter. Und sie hat sich aber wirklich auch ein bisschen darüber gewundert, warum das so ist. Und ich sage, Sarah, du präsentierst auf Instagram ja nur deinen Arsch. Natürlich schicken die Männer sowas, weil du provozierst ja genau das. Also, du hast dir doch vorher überlegt, dich so zu präsentieren und deshalb hast du diese Zielgruppe. Und sie sagt, ja, ich will da aber gerne raus, ich würde gerne mehr so mein Gesicht zeigen und auch den Leuten ein bisschen was vermitteln. Und dann gucke ich mir das Profil an und ich sage, okay, aber du vermittelst halt Arsch. So, das ist halt der Punkt. Und das Ding ist, das ist jetzt ein Extrembeispiel, aber die Frage, was soll ich für eine Community aufbauen oder was ist meine Zielgruppe, ist ja die völlig falsche. Weil das ist das Erste, was wir uns überlegen, wenn wir einen Workshop machen. Das Allererste ist, wir überlegen uns mit den Leuten zusammen, wer ist am Ende dein Kunde, wer ist deine Zielgruppe, wen willst du haben? Und jeder sollte das als allererste Frage für sich beantworten. Und du startest deine Brand und du überlegst dir, wen möchtest du gerne erreichen? Und das Leichteste ist, wenn du beispielsweise schon ein Produkt hast, du hast jetzt vielleicht ein veganes E-Book, du hast vielleicht einen Fitnessplan für Leute, die wenig Zeit haben, aber neben der Arbeit noch trainieren wollen. Wenn du sowas hast, dann überlegst du dir aufgrund deines Produktes hin oder was du machen willst, wen willst du haben? Und der nächste Schritt ist immer der, schau, das hier ist seine Hook. Die du dir jetzt auch überlegst. Und er macht es deshalb, weil unter 25, wie ich gestern in meinem Vortrag gesagt habe, sind junge Leute noch angehalten, sich zu verändern. Das heißt, die kaufen sich gerne seine Produkte, weil sie dieses Ergebnis sehen und hoffen, irgendwann so ein Leben zu haben wie er. Ja, um das vielleicht kurz mal aufzulösen. Materialistische Dinge, er hat halt viele Autos. Ja, er hat halt, glaube ich, sechs Autos bei sich zu Hause, auch in jeder Farbe, um eben möglichst viel Identifikation zu haben, ja. Die Frauen, das sind halt irgendwelche, die ihn anschreiben bei Instagram, die holt er halt, gibt denen einen Storytag und dafür kann er die Titten zeigen. Und das Geld verdient er halt hauptsächlich mit seinen Online-Produkten, ja. Und er triggert natürlich Menschen damit, weil er das Ergebnis zeigt und damit verkauft. Du musst dir mal überlegen, die Reise, der Prozess, kann man sich merken, keiner will Teil des Prozesses sein, alle wollen Teil des Ergebnisses sein. Ja, jeder guckt sich Dinge an und sagt, ich will das Sixpack, aber ich will nicht trainieren. Ich will viel Geld, aber ich will nicht arbeiten. Das heißt natürlich, aus Marketing-Sicht macht es am meisten Sinn, den Leuten zu zeigen, was möglich ist und dann natürlich dein Produkt zu verkaufen. Das ist wie Schmerz-Aspirin, ja. Ja, jemand hat starke Kopfschmerzen und du stellst dich hin und sagst, boah, mit dieser Tablette sind meine Kopfschmerzen weggegangen. Dann sagt die Person, die Kopfschmerzen hat, ich brauche diese Tablette. Und genau das ist das Prinzip. Das heißt, in erster Linie überlegst du dir ganz genau, was will ich für eine Zielgruppe und welches Produkt will ich verkaufen. Dann überlegst du dir, welches Problem hatte ich, was ich für mich gelöst habe und wie kann ich es so aufbauen, dass möglichst viele Leute diese Problemlösung am Ende kaufen. Ich kenne auch viele, die sagen, hey, ich habe jetzt ein Produkt, ich will es jetzt launchen. Und das funktioniert nicht, weil du musst deine Community, und da werden wir jetzt drüber reden, du musst deine Community natürlich auf das vorbereiten, was du verkaufen willst. Beispielsweise bei uns ist es so, ihr habt ja den Trailer gesehen. Wer von euch war überhaupt in meiner Speech dabei? Oder wer hat noch gepennt? Okay, schon alle. So, und das Ding ist, dieser Trailer beispielsweise, der verkauft ein Produkt. Ja, ist jetzt kein Pitch an dieser Stelle, der verkauft ein Produkt. Ja, ist schon ein Pitch. Und der verkauft, aber gut gemacht, der verkauft ein Produkt, so ein Coaching-Programm. Und dieses Coaching-Programm haben wir über unsere Socials in den letzten zwei Monaten aufgebaut. Das heißt, ich habe immer wieder Storys gemacht und gesagt, hey, das Ding kommt raus, so und so viel Arbeit steckt drin, das ist der Inhalt und so weiter. Und wenn du das dann zusammenbringst, und jetzt kommt der Punkt, mit visuellen Dingen, mit Wahrnehmung, mit Emotion, dann hast du einen richtig guten Launch, weil die Leute warten genau darauf, auf dieses eine Ding. Wenn du einfach ein Produkt hast und sagst, okay, ich verkaufe das jetzt, dann ist ja niemand vorbereitet. Und du kennst es vielleicht selber, wenn jemand zu dir kommt und du hast noch nie von irgendwas gehört. Ja, wer von euch wurde mal auf Network-Marketing angesprochen? Alle. So, und stell dir vor, du hast noch nie davon gehört, sowas bei mir, ich war 21, ich habe noch nie davon gehört, ein Kumpel kommt zu mir und sagt, hey Tom, Network-Marketing. Was war das Erste, was ich gemacht habe? Ich bin zu Google gegangen, habe mir das mal eingegeben, was habe ich gefunden? Schneeball, Pyramide, illegal, kommst in den Knast, verlierst viel Geld. Also das war nicht der beste Pitch von ihm, weil er hat einfach nur gesagt, Network-Marketing, stand an meiner Tür, ich habe die Tür zugemacht und habe selber erstmal recherchiert. Und genauso ist es auch, wenn du ein Produkt hast und du hast Leute nicht darauf vorbereitet. Du kommst einfach aus dem Nichts und sagst, hier ist mein Produkt. Die Leute sind nicht bereit dafür. Ja, und wenn Leute nicht bereit sind für etwas, dann kaufen wir auch nicht. Wir kaufen erst dann, wenn wir die Person sympathisch finden, wir mal was von der Person gelernt haben, sie für uns eine Autorität ist, wir die Sicherheit haben, dass es gut ist. Gerade hier in Deutschland hat keiner Lust, Verträge abzuschließen oder Dinge zu kaufen, wo er nicht genau weiß, was er bekommt. Deshalb empfehle ich auch niemanden Tinder-Dates übrigens. So, wir schauen uns an dieser Stelle den Trailer jetzt nicht an, sondern wir gehen jetzt zu dem Punkt der Community-Bildung beziehungsweise ich werde an dieser Stelle an jemanden abgeben, der da kurz drüber reden wird, denn das ist meiner Meinung nach der wichtigste Punkt. Es gibt Leute, die rein Conversion-Based aufbauen, beispielsweise Online-Marketer, die keine Brand haben. Die bauen rein Conversion-Based auf, das heißt, die gehen hin und die schalten beispielsweise eine Werbung. Kennen wir alle. Zum Beispiel dieser eine, der immer diese 100 Test-Teilnehmer sucht. Wie heißt der? Danny oder so. Der sucht seit einem halben Jahr 100 Test-Teilnehmer. Und schau mal, alle lachen darüber. Wisst ihr, warum alle lachen? Weil wir viel zu aufgeklärt sind mittlerweile. Die Leute glauben da nicht mehr dran. Das wird irgendwann ein Running Gag, so wie unser Buchclub. Und die Leute sind zu aufgeklärt. Die wissen irgendwann, okay, der sucht nicht 100, sondern der lässt die dauerhaft laufen und der packt auch 1000 Leute rein. Das ist genauso, wie wenn du da stehst und sagst, ja, ich habe finanzielle Freiheit erreicht und wenn auch du das haben willst, dann klick jetzt hier. Wir glauben da nicht mehr dran. Oder mit 500er wedeln oder so. Ja, weil wir checken mittlerweile, okay, das ist billige Werbung. Das ist aber die Seite der Online-Marketer, die keine Brand haben. Auf der Seite die, die eine Brand haben, ich habe da schon mal ein YouTube-Video zu gemacht, die bauen sich halt eine Community auf. Und das Gute an der Community ist, du hast direkt einen Kern von beispielsweise 300, 500 Leuten, die kaufen, und das ist jetzt der wichtige Unterschied. Nicht nur wegen dem What. Ja, die meisten Online-Marketer verkaufen nur wegen dem Was. Das heißt beispielsweise, du bringst einen Kurs raus und der heißt, so schaltest du bei Facebook Werbung. Ja, du kaufst diesen Kurs, weil du sagst, ich will lernen, wie man bei Facebook Werbung schaltet. Okay, das ist ganz typisches Online-Marketing. Du steckst Budget in eine Werbung, verkaufst damit dein Was. Der Punkt ist, wenn du eine Community hast und eine eigene Brand, kaufen Leute halt auch wegen dem Who. Sprich, Leute kaufen jetzt nicht nur wegen dem Produkt, sondern auch, weil du das Produkt gemacht hast. Und der Benefit davon ist, dass hier durch dieses Who ein richtiger Kult entsteht. Kannst dir selber mal überlegen, wenn große Marken, wenn jetzt beispielsweise Off-White, was ich sehr gerne trage, ist bekannt geworden, weil Stars aus den USA diese Klamotten getragen haben. Und deshalb kosten diese Sneaker auch nicht mehr 170, sondern 1700 Euro irgendwann. Ja, und das ist halt der große Punkt. Das heißt, wenn du große Brands dazu bringst, deine Klamotten zu tragen, ja, Influencer-Marketing, werden die Dinge natürlich wertiger. Das heißt, da geht es aber nicht mehr um das What, sondern es geht rein um das Who. Die Marke ist Supreme beispielsweise. Wer kennt Supreme? Fast alle. Ist eine Marke, die ist eigentlich low-budget gewesen. Ja, die Sachen von denen haben eigentlich, ein Hoodie oder so hat 80 Dollar gekostet. Und dann gab es auf einmal den Hype. Dann gab es die Kollabos mit Louis V und mit Gucci und mit ganzen Brands. Und dann haben die Stars auf einmal diese Marke getragen. Und auf einmal ist der Hoodie nicht mehr 80, sondern 800 Euro wert. Das ist Thema des Brandings. Und deshalb ist Branding auch so wichtig, wenn du im Bereich Online-Marketing dir was aufbauen willst, dann sind wir mal ehrlich. Der Markt ist überlaufen mit schlechten Werbungen, mit Leuten, die sich irgendwann mal ein Produkt gekauft haben. Das heißt, so baust du im Online-Marketing oder so verkaufst du im Internet Online-Produkte. So schaltest du Werbungen dafür. Und wir alle sind viel zu aufgeklärt. In zwei Jahren wirst du irgendwann mehr Geld für eine Ad bezahlen, als du am Ende aus dem Produkt rausholst. Und deshalb ist das Thema Branding auch so wichtig oder wird vor allen Dingen auch in den nächsten Jahren immer wichtiger. Und ich möchte an dieser Stelle jemanden auf die Bühne bitten, der ist auch bei mir zusammen im Team. Wir arbeiten mittlerweile seit, ich glaube, fünf Jahren zusammen. Und er hat mit mir damals im Vertrieb ein Team von über 15.000 Leuten aufgebaut und war immer extrem stark beim Thema Community-Building. Deshalb gibt mir einen dicken Applaus an Matthias Fuhrmann. Er wird euch jetzt was zum Thema Community erzählen. Perfekt. Läuft alles hier. Ja, vielen, vielen Dank, dass Sie hier auch einmal kurz sprechen können. Quasi für das ganze Torben-Platzerteam, das ja mittlerweile sehr, sehr groß geworden ist. Und ich glaube, Torben hat ganz klar bewiesen mit dem ganzen Team, was Community-Building quasi bewirken kann, wenn wir uns hier mal umgucken, dass kein einziger Sitzplatz mehr frei ist. Von daher schon mal einen großen Applaus für Torben auf jeden Fall. Und wir haben auch extrem gesehen in den letzten zwei Jahren, wo wir die Brand Torben-Platzerte aufgebaut haben. Torben und ich arbeiten ja schon seit knapp fünf Jahren zusammen, sind damals im Network gestartet. Ja, und haben uns damals auch den ersten Erfolg im Network kreieren können, indem wir uns klar positioniert hatten. Du hast ja einmal den klaren Vertrieb im Network-Marketing, wo sehr, sehr viele aktiv sind, den quasi jeder macht. Aber als wir das erste Mal uns klar positioniert hatten, wir hatten das Thema Business-Aufbau von Null im Ausland. Ja, und das Ganze haben wir quasi gevloggt auf YouTube, Facebook, Instagram war damals irgendwie noch nicht so relevant für uns. Und haben gemerkt, als wir uns dann eine Nische aufgebaut hatten, ja, in der Nische Network-Marketing, die nochmal klarer positioniert hatten, hatten wir auch den Erfolg mit den Leuten quasi über unserer Nische hinaus, konnten wir die nochmal extrem skalieren, sind nach Deutschland wieder zurückgekommen, nachdem wir das Ganze online gevloggt haben, haben die Leuten in Deutschland gezeigt, wie man das entweder im Ausland machen kann oder dementsprechend auch im Inland in Deutschland machen kann, ja. Aber diesen Hype um eine Marke kannst du nur kreieren, wenn du dich vorher richtig positionierst. Und nur so kannst du auch die richtige Community aufbauen. Denn wir alle haben heutzutage Influencer, die wir selber verfolgen und merken, es geht gar nicht mehr primär um das What, sondern vor allem um die Person an sich. Und deswegen müsst ihr euch selber überlegen, will ich mich mit meiner Brand, mit meinem Gesicht positionieren oder steht mir ein anderes Gesicht im Vordergrund oder ist es quasi so wie Apple, dass wir einen schleichenden Übergang machen. Am Anfang ist Steve Jobs und dann die Firma Apple ist schon so groß geworden, dass die Personen absolut im Hintergrund stehen mittlerweile. Ja, und wir merken es bei TPA mittlerweile, dass die Community so stark geworden ist, ist, dass fast 90% des gesamten Umsatzes über die Community kommt. Sprich gar nicht mehr bezahlte Werbung, sondern einfach Free-Werbung, die man sich quasi erarbeitet hat. Und Community-Building ist natürlich ein großes Thema und ich würde da gerne noch näher eingehen. Aber wir haben leider nicht mehr so viel Zeit. Aber im Endeffekt das Wichtigste ist, dass man sich klar strukturiert, positioniert und den Rahmen im Endeffekt bildet und dort Free-Content gibt über eine gewisse Zeit. Am besten sind es sechs bis zwölf Monate, danach hast du eine richtige Autorität aufgebaut. Und das Beste ist, über Instagram vor allem oder über die Socials kann man sehr, sehr schnell eine Sympathie aufbauen. Wenn du dich in deiner Nische klar positionierst, ist die Sympathie sehr einfach. Aber die Autorität, wo am Ende der Verkauf wirklich durch entsteht, kommt im Endeffekt nur darüber, dass du konstant Mehrwert bietest. Wir merken es bei uns mittlerweile so, wenn ein neues Produkt rauskommt, schreien die Leute schon danach, dass sie das Testprogramm im Endeffekt einmal haben können. Und das soll bei euch auch sein. Ob es jetzt drei Leute am Anfang sind oder irgendwann hundert oder hunderte, ist natürlich das eine. Aber wie das genau funktioniert, wollen wir euch heute auch zeigen. Deswegen haben wir auch mit TPA und der EU zusammen den Branding-Masterkurs gemacht. Wir werden euch da hinten nochmal die ganzen Insights geben, wie das genau funktioniert. Denn ich glaube, viele haben noch ein bisschen Potenzial, in ihrer eigenen Brand das quasi zu hebeln. Und wir selber haben es gemerkt, dass Mentoren das A und O sind, um dementsprechend schneller zum Ergebnis zu kommen. Bei uns war ein Teil Lopez vor allem der größte Einfluss. Und das Ganze möchten wir mit euch teilen in diesem Kurs. Und wie der ganze Kurs funktioniert, wird euch Torben jetzt noch einmal kurz vorstellen. Vielen Dank. Alles klar. Danke, Matthias. Ich habe es gerade gefragt, wir können zwei, drei Minuten überziehen. Ich will jetzt nochmal eine Sache machen. Und zwar, damit jeder, bei mir ist immer eine Sache ganz wichtig. Ich kenne das selber. Man geht auf so Events und du gehst dann da irgendwann raus und du weißt selber nicht genau, was zu tun ist. Deshalb, ich will euch ganz kurz einen Fahrplan mal aufmalen. Von mir aus können wir den am Ende abfotografieren, nochmal in die Gruppen schicken. Schau. Am Anfang steht das Thema Positionierung. Ja, das hat der Matthias gerade schön nochmal erzählt, dass du dich wirklich in deiner Nische positionieren musst. Und auch selber überlegen musst, okay, wie komme ich da rein? Was ist wirklich mein USP sozusagen? Dann, danach geht es wirklich darum zu überlegen, welchen Content, ja, und der Content sollte möglichst Problemlösung sein, kann ich überhaupt jetzt in meiner Nische erstellen, damit ich eine Community aufbaue. Okay, das ist im Endeffekt der Kern. Danach erst, und das ist halt Punkt 3, geht es um das Visuelle. Ja, Thema Logo, wie soll die Website aussehen? Da gibt es Farben, Psychologie und so weiter. Das geht jetzt sehr weit ins Detail. Aber das ist wirklich erst Punkt 3. Deshalb, ich bitte euch, wenn ihr euch eine Brand aufbaut, macht euch nicht zu viele Gedanken darüber, hey, zum Beispiel, Herr Torben trägt immer rot, welche Farbe ich jetzt? Es ist völlig irrelevant. Ja, es könnte genauso blau sein oder grün sein. Das Allerwichtigste ist der Content und die Problemlösung, weil jeder, der euch anguckt, ja, überlegt, was habe ich davon? Okay? Und wenn du ein Instagram-Profil hast, wer baut mit Instagram auf? Ich gebe euch jetzt mal einen richtig guten Tipp. Und zwar, die optimale Story-Anzahl sind 5 bis 7 Storys am Tag. Ich gucke manchmal so querbeet und sehe, Leute machen teilweise 100 Storys. Okay? Machen irgendwie 40 Storys. Du musst dir immer Folgendes überlegen. Wie agierst du selber? Du gehst zu Instagram, du klickst auf jemanden drauf und du siehst oben 100 Storys. Was ist 100% deine Reaktion? Außer du feierst den übertrieben. Du hast keinen Bock. Du klickst einfach weg und guckst nicht eine einzige. Ja, Instagram pusht Storys, die zwischen 5 und 7 am Tag sind. Punkt Nummer 2 bei Instagram ist beispielsweise, du musst dir genau überlegen, was ist dein roter Faden? Content muss einen roten Faden haben. Wenn du am Anfang keine personal Brand hast, das heißt, die Leute interessieren sich noch nicht über dein Who, die interessieren sich noch nicht, wer du bist, sondern nur dein What. Dann ist doch immer die Frage, was bekomme ich dort? Schau, wenn du jetzt zeigst, wie du mit deinem Hund Gassi gehst, was du isst. Du gibst einen Business-Tipp. Du zeigst, keine Ahnung, was du anziehst. Du redest über Politik. Ja, über Medien. Auf einmal über Religion. Dann gehen die Leute da drauf und die wissen gar nicht, was bekomme ich da denn jetzt? Ja, sie bekommen den kompletten Menschen, aber das Ding ist, viel leichter ist es, wenn du einen spezifischen Account hast und sagst, bei mir bekommst du, wie startest du dein Business von 0 auf 100? Wie startest du deine Social Media Agency? Wie bekommst du ein Sixpack, wenn du jeden Tag 10 Minuten Zeit für Training hast? Ja, also wenn du dich sozusagen viel punktueller platzierst und wir haben uns folgendes überlegt, weil Branding ist ein Thema, du kannst viel referieren, aber es geht hauptsächlich um Frage, Antwort. Wer von euch will wirklich eine eigene Brand aufbauen? Jetzt mal wirklich Hand nach oben, auch nur wer es wirklich will. Pass auf, wir machen zwei Sachen. Erstens, es gibt hier am Wochenende den Master. Ja, zu dem Master vielleicht ganz kurz. 66 Tage, jeden Tag ein Video, von 0 an seine Brand starten. Es gibt dazu Live-Calls mit Q&As, sodass wir wirklich den kompletten Prozess zusammen machen. Du kannst den Master vergünstigt nur heute noch kaufen. Wenn du es machen willst, gehst du zum Stand, redest mit den Leuten darüber, kannst dich einbuchen und du bist in diesem Master. Punkt Nummer zwei, wir machen heute, wenn die komplette Veranstaltung vorbei ist, auf der Main Stage, oben rechts in der Tribüne sitzend, eine Q&A Session zum Thema Branding. Okay, da werde ich da sein, mein komplettes Team und dann könnt ihr eure Fragen stellen und wir nehmen uns Zeit, eine Stunde von mir aus und beantworten alle eure Fragen. Okay, ist das ein Deal? Habt ihr Bock drauf? Okay, dann machen wir das. Tut mir einen Gefallen. Wenn die Veranstaltung vorbei ist, ungefähr dreiviertel Stunde danach, setzt euch rechts oben in den Saal, wurde mir gesagt. Und dann stehen wir auf der Bühne und wir machen eine komplette Branding Q&A. Das heißt, ihr könnt wirklich eure spezifischen Fragen stellen. Wichtig ist, vor allem ist das natürlich interessant für die Leute, die sich vorher den Master holen, damit ihr wirklich genau wisst, okay, das ist meine Vorbereitung, um diesen Master zu starten. Der wird starten Anfang Juli. Ihr könnt ihn heute, nur heute vergünstigt erwerben. Und ich bin wirklich sehr gespannt, wer am Ende mit dabei ist, weil wir wollen natürlich auch über unsere Socials diesen Master raushauen, die Leute zeigen, die wirklich mit uns diese Reise gehen. Und ansonsten bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und freue mich auf die Q&A nachher.